Sammle einen Prepper Leitfaden auf, das ist die vierte oder dritte, nein vierte Phase von den legendären Aufträgen der Woche 4 und diesen Leitfaden findet ihr unter Hydro 16 in diesem Gebäude und jetzt seht ihr ein Gameplay wo ihr ganz genau mit diesem Leitfaden interagieren müsst um diesen Auftrag abzuschließen. Bis zum nächsten Mal.